Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Themas Rückmeldung hier in der Gestaltung von Nutzungsschnittstellen. Im ersten Video habe ich euch die wichtige Forderung nach der Differenziertheit der Rückmeldung erklärt, vor allen Dingen mit den beiden Teilen Feedback und Feedforward. Und wir müssen immer beides haben und auch beides auf differenzierte Art und Weise haben, damit wir Differenzerfahrung machen können, damit es uns überhaupt die Möglichkeit gibt, aus einer Änderung des Objektarrangements am Bildschirm etwas zu schließen und damit unseren weiteren Handlungsverlauf bestimmen zu können. Und in diesem zweiten Teil soll es nun um die Unmittelbarkeit der Rückmeldung gehen. Unmittelbarkeit ist eine Forderung, die einen eigentlich sofort aufkommen muss, wenn man überhaupt nur an Rückmeldung denkt. Denn dass eine Rückmeldung schnell erfolgt, zügig erfolgt, das war genau der Grund der Erfindung von interaktiven Nutzungsschnittstellen überhaupt. Nämlich, dass es gerade auch im Bereich der Programmierung eine zügige Antwort darauf gibt, ob das eigene Programm eigentlich funktioniert und ob es das Richtige macht, was es sollte. Jetzt ist die Frage natürlich, wie unmittelbar unmittelbar sein muss, aber da schauen wir uns gleich etwas genauer an. Unmittelbarkeit nochmal definiert, wie wir es definiert hatten, ist Unmittelbarkeit der Rückmeldung bedeutet, zu signalisieren, dass eine Aktion eines Nutzers erkannt wurde, indem auf jede Aktion eine unmittelbare Reaktion des Systems erfolgt. Es geht also bei der Forderung nach Unmittelbarkeit an sich nicht unbedingt um Differenziertheit, aber das müssen wir natürlich immer mit bedenken, dass natürlich eine solche Reaktion auch differenziert sein muss. Und was das dann bedeutet, das sehen wir gleich. Wie wichtig ist aber so eine Unmittelbarkeit eigentlich? Also, dass ich etwas wahrnehmen kann in Reaktion zu etwas, was ich gehandelt habe. Wie unmittelbar muss das eigentlich sein? Es kommt ganz stark darauf an, um was für eine Art von Rückmeldung es sich handelt. Wenn es sich direkt um die Rückmeldung zu einer Eingabeoperation handelt, also zu einer gedrückten Taste oder zu einer bewegten Maus oder zu einem geschobenen Finger, dann muss die Rückmeldung sehr, sehr unmittelbar erfolgen. Denn schon die kleinste Verzögerung führt da dazu, dass man, naja, so ins Schwimmen gerät im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, dass irgendwie ein Mauszeiger nachhinkt. Und dann hat man so wirklich das Gefühl, man bewegt diesen Zeiger wie auf Eiern und der schwammt und schwabbert einem da so rum. Man hat gar keine richtige Kontrolle mehr darüber. Es gibt dazu interessante Experimente wie dieses hier von dem Herrn Gregory. Den kennt ihr schon. Das ist der mit dem Hypothesengenerator aus der Veranstaltung Differenz-Erfahrung. Ne, aus der Veranstaltung Wahrnehmung, Architektur der Wahrnehmung. Da haben wir ja diesen Hypothesengenerator von ihm übernommen. Hier dieses Experiment ist vor allen Dingen deswegen auch so schön, weil es so schön altertümlich ist. Also es geht darum, wie direkt die Rückmeldung sein muss beim Schreiben. Was hier jemand macht, da sitzt jemand auf der linken Seite, der ist so von oben abgebildet, der sitzt vor einem Monitor und der sieht nicht, was er schreibt, sondern der hat seinen Arm durch so ein Brett so hindurch und schreibt auf ein Blatt Papier und sieht, was er schreibt, nicht direkt, sondern sieht es durch den Monitor. Vermittelt quasi. Man sieht da hinten eine Fernsehkamera, die nimmt auf, was derjenige da schreibt und das Ganze geht dann an einen Videorekorder. Und das Experiment, was hier wiedergegeben wird, ist so schön, weil es so auf analoge Art und Weise für eine Verzögerung sorgt. Man würde heute mit irgendwelchen digitalen Buffern das machen, aber was man damals gemacht hat, ist, man hat quasi auf einem Videoband aufgenommen und hat das gleiche Videoband auch wiedergegeben und dann hat man dazwischen das Band über eine längere Schleife gezogen. Das heißt, das Band hat eine gewisse Zeit gebraucht zwischen der Aufnahme und der Wiedergabe. Das bräuchte es natürlich sowieso immer, weil ich mit zwei Köpfen das machen müsste, aber man kann diese Strecke natürlich auch noch mechanisch verlängern. Und dadurch kriegt man so ein verzögertes Signal auf dem Monitor. Und was die jetzt machen sollten, die Probanden, war, sie sollten einmal einen Stern nachzeichnen, der aufgemalt war auf diesem Blatt Papier und dann sollten sie noch etwas schreiben. Und das wurde mit verschiedenen Graden der Verzögerung gemacht. Also einmal wurde es ganz direkt gemacht, da konnte man direkt gucken. Dann wurde es einmal überhaupt nur vermittelt gemacht und dann einmal mit der starken Verzögerung. Und wenn man sich die Ergebnisse hier mal anschaut, dann sieht man, das Erste ist jeweils das direkte auf dem Blatt Papier. Da hatte derjenige überhaupt keine Schwierigkeiten, diesen Stern zweimal nachzuzeichnen. Es wurde immer alles zweimal gemacht. Um zu gucken, ob sich da eine Verbesserung ergibt. Und das Schreiben war natürlich auch kein Problem. Dann, dass es überhaupt vermittelt war, dass man nicht seine eigene Rückmeldung sah. Das ist die zweite Spalte. Ja, das sieht vielleicht an einigen Stellen etwas unbeholfener aus, aber so im Großen und Ganzen ist das auch noch in Ordnung, wenn man sich vor allen Dingen oben mal den Stern so anguckt. Ja, und das Dritte ist die Sache mit der Verzögerung. Und guckt euch das mal an. Beim Schreiben geht es sogar teilweise, was sicherlich daran liegt, dass Schreiboperationen stark automatisierte Operationen sind. Das heißt, wir müssen gar nicht unbedingt hingucken. Aber bei dem Nachzeichnen des Sterns oben, beim ersten Mal ist es ja ganz fies in die Hose gegangen und beim zweiten Mal nur noch fies in die Hose gegangen, wenn man es mal so sagen möchte. Also das hat hinten und vorne nicht richtig funktioniert, dass man diesen Stern richtig nachzeichnen kann, wenn die Rückmeldung zur eigenen Handlung verzögert ist. Und das ist genau der Effekt, der auch passiert, wenn man den Mauszeiger bewegt, also die Maus bewegt und der Zeiger bewegt sich erst später. Oder wenn man auf dem Touch-Bildschirm die Scroll-Operation machen würde und das eigentliche Scrollen würde verzögert, zu spät beginnen und dann noch etwas länger laufen. Das führt dazu, dass man richtig die Kontrolle verliert über die Eingabe, weil diese Schleife zwischen Ein- und Ausgabe einfach nicht mehr funktioniert dann. Ich zeige euch hier ein schönes Beispiel der Kaffeemaschine, die ihr auch schon mal kennt. Ihr erinnert euch an das Beispiel mit der Zuordnung und dem Zucker. Und diese Kaffeemaschine, die es ja leider nicht mehr gibt, aber sie hatte ein Bedienfeld. Und auf diesem Bedienfeld konnte man verschiedene Sorten Kaffee auswählen. Hier sieht man das Bedienfeld. Und was ich machen möchte, das ist Cappuccino trinken. Das habe ich tatsächlich an dieser Maschine jahrelang immer so gemacht. Und diese Maschine macht eigenartige Dinge. Ich weiß nicht, ob sie im Hintergrund noch Pi berechnet oder ob noch irgendwie ein Kernkraftwerk damit gesteuert wird. Jedenfalls laggt diese Maschine. Die Eingabe wird nicht sofort bearbeitet, sondern es dauert immer eine gewisse Zeit, bis auf die Eingabe reagiert wird. Wobei, es wird sofort ein Ton ausgegeben, wie ihr gleich vielleicht hören werdet. Aber das visuelle Bild ändert sich erst eine Zeit danach. Und jetzt schaut mal, was hier passiert. Ja, also ihr seht da, dass ich gedrückt habe und es ist nichts passiert. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe nochmal an die gleiche Stelle gedrückt. Und in dem Augenblick, wo ich dann gedrückt habe, erschien dann das nächste Bild. Und genau an dieser Stelle erschien der Abbrechen-Knopf. Das heißt, ich habe dann diesen Abbrechen-Knopf gedrückt. Das ist richtig ärgerlich. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich nochmal gedrückt? Obwohl ich doch eben schon mal einmal gedrückt habe. Ja, das ist genau das, was dann passiert, wenn auf eine Handlung keine Reaktion erfolgt oder nicht die Reaktion, die man erwartet. Ihr kennt das auch, wenn irgendwo zum Beispiel zugeschlossen ist. Also angenommen, ihr seid sicher, die Tür ist offen und kommt irgendwo hin und zwischendurch war jemand da, der Hausmeister oder irgendwelche Verwandten und haben die Tür zugeschlossen. Dann drückt man auf, die Klinke ist zu. Und was macht man? Man drückt nochmal und versucht das nochmal. Das ist vielleicht nicht besonders logisch, aber das ist das genau, was man dann tut. Und genau das habe ich hier auch getan. Und dadurch kommt es jetzt zu Fehlbedienungen an dieser Stelle. Einfach nur dadurch, dass die Rückmeldung nicht zügig genug erfolgte, nicht unmittelbar genug erfolgte. Das heißt, gerade solche Rückmeldungen müssen immer sehr unmittelbar erfolgen. Es hätte ja hier schon gereicht, wenn einfach der Bildschirm schwarz geschaltet worden wäre in dem Moment, wo ich drauf drücke. Dann wäre klar, dass ich nicht nochmal drücken kann, weil auch dieses entsprechende Element gar nicht mehr da wäre. So ist es auf jeden Fall schlecht gewesen. Das war bei dieser Maschine auch so, dass das im Laufe der Zeit, wenn die länger an war, immer schlimmer wurde. Das heißt, man musste irgendwann tatsächlich mal diese Kaffeemaschine neu buten. Das sind moderne Zeiten, wo man Kaffeemaschinen buten muss und Kaffeemaschinen auch abstürzen können. Aber naja, gut, lassen wir das an dieser Stelle. Wie kurz müssen denn jetzt diese Zeiten sein? Also es gibt eine untere Grenze und dann gibt es auch gewisse obere Grenzen. Also es gibt untere Grenzen, die man herausfinden kann. Das sind die Schwellen, an denen wir als Menschen überhaupt zwei Ereignisse als getrennt voneinander wahrnehmen können. Und das liegt im Millisekundenbereich, im Sehsinn bei 20 bis 30 Millisekunden. Wenn etwas da drunter passiert, dann nehmen wir das als zeitgleich wahr. Und beim Hörsinn ist es feiner, erstaunlicherweise. Beim Hörsinn können wir schon drei Millisekunden Versatz hören. Wir können dann allerdings noch nicht feststellen, was das Erste und was das Zweite war. Wir hören dann nur, dass es nicht gleichzeitig war. Dafür, dass es Erste und Zweite, braucht es länger. Da brauchen wir so eher 10 Millisekunden. Naja, wenn wir hier dran kommen, dann sind wir auf jeden Fall gut bei Tastatur- und Mauseingaben und direkten Objektoperationen. Wenn ich einen Button klicke und die Reaktion passiert erst, sagen wir mal, eine halbe Sekunde später, dann muss das nicht in jedem Falle immer gleich ganz schlimm sein. Aber man sollte natürlich es so schnell wie möglich halten. Wenn ich einen Button klicke und ich möchte damit vielleicht etwas berechnet haben und das Berechnete erscheint nicht innerhalb von 20 bis 30 Millisekunden, dann ist das auch nicht so tragisch, denn wir erwarten ja nicht wirklich eine Gleichzeitigkeit, aber wir erwarten eine Unmittelbarkeit. Und da müssen wir gucken, wie lange es dauern darf. Ideal ist es, wenn wir sofort etwas machen, das erkannt wird, dass wir eine Eingabe gemacht haben. Der Button könnte zum Beispiel eingedrückt sein, das würde ja schon reichen an dieser Stelle. Und dann kommt ein wenig später das Ergebnis der Berechnung. Das wäre dann wieder gar kein Problem. Es gibt eine Schwelle nach oben hin, die man allerdings nicht so genau beziffern kann, weil sie stark von der Aufmerksamkeit auch abhängt, wo man Ereignisse überhaupt nicht mehr als gleichzeitig wahrnimmt. Sie liegt aber auf jeden Fall bei wenigen Sekunden. Also eine Sekunde ist schon eine relativ lange Zeit, wenn man auf eine Rückmeldung wartet. Und gerade wenn wir noch in Multitasking-Umgebungen sind, dann verstärkt sich dieses Phänomen. Okay, ich kann euch das aus eigener Erfahrung mal berichten. Ich hatte vor einigen Jahren ein Chatprogramm benutzt, das sowohl bei eingehenden Nachrichten als auch bei ausgehenden Nachrichten einen Ton abgespielt hat. Und Ton war sich einigermaßen ähnlich. Man konnte die nicht gut unterscheiden zwischen reinkommend und rausgehend. War aber auch eigentlich nicht so wichtig, weil wenn man eine herausgehende Nachricht hatte, dann hatte man ja selber gerade gedrückt und dann überraschte einen eigentlich auch das nicht. Nur leider erschien dieser Ton immer etwas verzögert, beziehungsweise er erschien halt dann, wenn die Nachricht auch tatsächlich herausgegangen ist, was ja aus Netzwerkgründen auch verzögert sein kann. Und mir passierte das dann häufig, dass ich mit Alt-Tab in den Chat gewechselt bin, habe dann was geschrieben, habe Enter gedrückt, Alt-Tab in das andere Programm und dann palim, palim kam der Ton und ich ging sofort in den Chat wieder zurück, weil ich dachte, ich hätte schon eine Antwort gekriegt. Das liegt dann genau daran, dass ich Ursache und Wirkung nicht mehr in Zusammenhang gebracht habe. Und das liegt hier dann an der Verzögerung und das auch noch zusätzlich in dieser Multitasking-Umgebung. Wenn ich nur dieses eine Programm offen hätte, dann hätte ich weniger die Möglichkeit, dass ich schon wieder an etwas anderes denke. Aber auch dann kann es passieren, dass Ursache und Wirkung so weit auseinanderfallen, dass ich sie nicht mehr als Ursache und Wirkung wahrnehme. Das heißt, auch dann gilt es, wir müssen nah aneinander kommen. Also wenn man so mal sagt, eine halbe Sekunde ist wirklich das Maximum, was eine Rückmeldung dauern darf. Wenn es länger ist als eine halbe Sekunde, müssen wir uns irgendetwas einfallen lassen, wie wir trotzdem eine unmittelbare Rückmeldung hinbekommen. Also erstmal die Quintessenz hier. Die Rückmeldung muss immer unmittelbar erfolgen, auch dann, wenn noch kein Ergebnis vorliegt. Und das kann natürlich schnell passieren bei längeren Berechnungen, bei Netzwerkkommunikation, bei Dateioperationen. Es gibt haufenweise Möglichkeiten, wo wir nicht innerhalb von einer halben Sekunde eine Antwort erwarten können. Und dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Und was wir dann machen, das nennen wir fortlaufende Rückmeldung. Und das bedeutet bei der fortlaufenden Rückmeldung, dass wir jetzt den Verarbeitungsprozess selber, der ja offensichtlich länger dauert, zum Gegenstand der Rückmeldung machen. Das heißt, wir nehmen trotzdem die Unmittelbarkeit her und sagen, wir reagieren sofort, irgendwie. Sanduhr, rotierender Kreis, Bildschirm schwarz schalten zur Not. Also irgendwie reagieren wir sofort, aber machen dann klar, dass der Prozess etwas länger dauert. Und dann brauchen wir auch wieder Differenziertheit, weil wir müssen dann über diesen Prozess differenziert berichten. Das brauchen wir also bei Langläufern. Wenn wir jetzt wirklich zwei Sekunden zum Beispiel immer brauchen und es dauert immer zwei Sekunden, dann ist es nicht notwendig, dass wir jetzt irgendwie eine ganz überkandidelte Art von Darstellung machen, sondern dann reicht es einfach, wenn wir irgendwie klar machen, dass die Eingabe akzeptiert wurde und dann zeigen wir zum Beispiel eine Sanduhr an oder diesen Kreis oder sonst sowas. Wenn es aber noch länger dauert oder länger dauern kann, dann brauchen wir eine andere Art und Weise der Rückmeldung. Und dann ist sowas hier gefragt, wie man das hier auf der rechten Seite sieht. Beim Kopieren von Dateien sehen wir nämlich eine Rückmeldung, die nicht auf das Ergebnis sich bezieht, sondern auf den Prozess sich bezieht. Und diese Art der Rückmeldung ist wieder sehr differenziert an dieser Stelle, denn es steht da eine ganze Menge. Es steht, wie viele Dateien schon kopiert wurden, beziehungsweise wie viele Dateien kopiert werden sollen, wie weit es schon ist, wie lange es noch dauert. Und dann haben wir noch so eine Vollschrittsanzeige, die auf grafische Art und Weise da ist. Das ist unbedingt notwendig, denn wenn wir einfach nur hinschreiben würden, wir öffnen einfach nur ein Fenster und da steht Kopiere, Punkt, 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 dann haben wir mehrere Probleme. Zum einen wissen wir im Zweifelsfalle gar nicht mehr, was haben wir denn da eigentlich kopiert, wie viel war das denn, nach wo kopiert das denn. Wir können also überhaupt gar keine vernünftige Entscheidung mehr treffen, wie wir eigentlich weiterverfahren wollen. Und wir wissen auch nicht, wie lange es dauern würde. Das heißt, wir müssten so etwas machen, was man kontinuierliches Monitoring nennt. Stellt euch das bei der Waschmaschine vor. Stellt euch vor, ihr habt eine Waschmaschine und wollt wissen, wann die Waschmaschine fertig ist und setzt euch jetzt vor die Waschmaschine und guckt die ganze Zeit der Waschmaschine zu. Gut, das kann ein schön buntes Programm sein, aber es ist auf jeden Fall eine Verschwendung von Zeit. Und das wäre es hier auch, wenn wir die ganze Zeit immer wieder drauf gucken müssen, immer wieder hingucken müssen, nur um festzustellen, ob es denn schon fertig ist. Das heißt, wir brauchen etwas, was uns sagt, wie lange es wohl noch dauern wird. Das ist unbedingt notwendig bei fortlaufenden Rückmeldungen. Ist natürlich manchmal gar nicht so einfach, das zu berechnen, wie lange es wohl noch dauern wird, aber da muss man sich was für einfallen lassen. Zum Beispiel kann man den bisherigen Fortgang hochrechnen. Das kann manchmal auch in die Hose gehen, aber im Großen und Ganzen dürfte das recht gut funktionieren. Das setzt dann Ressourcen frei beim Nutzer. Das heißt, der Nutzer kann dann hingehen und kann seine Zeit für etwas Besseres nutzen. Er kann zum Beispiel sich eine Tasse Kaffee holen. Das ist ja mal eine der sinnvollsten Dinge, die man machen kann. Oder natürlich auch eine andere Aufgabe machen und muss nicht etwa irgendwie darauf warten und die ganze Zeit da stehen und darauf gucken, wann es denn endlich mal fertig ist. Das bedeutet natürlich, wir müssen differenziert sein. Und das haben wir hier an dieser Stelle, ich habe schon gesagt, es sind ja gleich etliche Informationen, die hier angegeben sind. Nämlich, wie viel ist schon gelaufen, wie viel wird noch laufen, wie lange wird es noch dauern und das Ganze dann auch nochmal zusätzlich so grafisch, damit man das auf die Schnelle wahrnehmen kann. Wichtig ist dann noch, da kommen wir in einem der nächsten Videos zu, dass wir am Ende den Nutzer nochmal darauf hinweisen, dass es jetzt tatsächlich fertig ist. Das heißt, wir lassen zum Beispiel ein Icon im Dock springen, wenn wir Mac haben. Wir lassen den Task in der Taskleiste blinken bei Windows oder bei anderen Betriebssystemen entsprechend anders. Oder wir spielen einen Klang ab, sodass wir also den Nutzer nochmal darauf hinweisen, dass das jetzt fertig ist und man dann die Aufmerksamkeit vielleicht wieder braucht. Das bedeutet, der Nutzer kann zwischendurch seine Aufmerksamkeit anderen Dingen zuwenden. Ja, was geben wir alles hier an? Was ist gut? Was ist schlecht? Was sollte man machen? Was sollte man nicht machen? Das Ziel sollte immer sein, dass die wahrgenommene Zeit kürzer ist, als die tatsächlich vergangene Zeit. Das heißt, wir wollen dem Nutzer es so erscheinen lassen, dass es schnell geht. Das ist jetzt nicht der Zweck, den Nutzer irgendwie in die Irre zu führen, sondern es geht einfach darum, dass wenn wir das Gegenteil tun, wenn es passiert, dass die wahrgenommene Zeit länger ist, als die tatsächlich vergangene Zeit, dass wir dann Stress verursachen und dem Nutzer Unbehagen verursachen. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen wollen wir, dass entweder der Nutzer den Eindruck hat, es passt genau oder idealerweise, dass die tatsächlich vergangene Zeit als kürzer wahrgenommen wird, einfach dadurch, dass der Nutzer etwas zu sehen gekriegt hat oder sich um andere Dinge kümmern konnte. Ihr kennt das Phänomen, wenn ihr irgendwo sitzt und müsst darauf warten, dass etwas endlich fertig ist, dann dauert es sehr lange. Wenn ihr aber eure Aufmerksamkeit anderen Dingen zuwenden könnt, dann dauert es eben nicht mehr so lange, sondern dann scheint die Zeit regelrecht zu verfliegen. Das ist ja bekannt, dass das so ist. Wird ja manchmal als Relativität der Zeit beschrieben, ein bisschen in Anlehnung an Albert Einstein, obwohl Albert Einstein natürlich ganz andere Dinge gemeint hat, als er über Relativität der Zeit gesprochen hat. Wann kommt es einem besonders lange vor? Da gibt es Untersuchungen zu, wie zum Beispiel die hier von dem Herrn Sio, von dem auch dieses schöne Bildchen ist. Und er hat eine ganze Reihe von Aspekten herausgefunden, die man vermeiden sollte, die dafür sorgen, dass es einem länger vorkommt, als es tatsächlich dauert. Der Sio ist übrigens von Microsoft, zumindest ist das im Rahmen von Microsoft Research herausgefunden worden, was ich hier vortrage. Ja, und was gibt es da? Große Mengenangaben. Das ist ein bisschen erstaunlich. Wenn große Mengenangaben dahin sind, dann hat man den Eindruck, es dauert lange. Das gilt vor allen Dingen dann, wenn man die große Mengenangaben nicht verstehen kann. Wenn ihr also zum Beispiel eine Installation eines Betriebssystems macht und das Betriebssystem besteht irgendwie aus 20.000 kleinen Dateien und ihr gebt dann einen Fortschrittsbalken an und schreibt dann hin 500 von 20.000, dann kann man sich unter 20.000 nichts vorstellen. Das sieht anders aus, wenn man sagt, Bilder kopieren und ihr habt dann Bilder als Einheit da. Wenn der Nutzer sich was darunter vorstellen kann, dann sind auch die großen Zahlen nicht mehr so erschreckend an dieser Stelle. Wenn es keine Informationen über den Zeitaufwand gibt, dann kommt es einem länger vor. Das ist genau der Effekt, den ich jetzt gerade sagte. Wenn man also sich quasi vor einen Kochtopf setzt und darauf wartet, dass er endlich anfängt zu kochen und ich habe keine Informationen, wie lange das wohl noch dauern wird, dann dauert das sehr, sehr lange. Wenn Fortschrittsanzeigen lange stehen, dauert es auch lange. Und ihr habt das bestimmt alle schon mal gemacht, dass ihr den Mauszeiger an eine Stelle auf dem Fortschrittsbalken geschoben habt, um zu gucken, ob der sich vielleicht einen Pixel weiter bewegt. Ja, das ist genau so quasi eine Verzweiflungstat, die man dann vollzieht, wenn man den Eindruck hat, dass so ein Fortschrittsbalken lange steht. Also lange stehende Fortschrittsbalken sollte man möglichst vermeiden. Restzeiten, die wieder größer werden, dann fühlt man sich veralbert, um es mal so gelindet zu sagen, wenn einem runtergezählt wird und dann ab einer Minute zählt es dann wieder hoch und zählt wieder hoch zwei Minuten, drei Minuten. Ja, wie kann das passieren? Kann verschiedene Gründe haben. Also gerade wenn man eine Netzwerkkommunikation hat, das schwankt ja manchmal. Oder man rechnet zum Beispiel bei Dateioperationen. Also wir gehen mal voraus, wir kopieren viel und wir zählen das einfach in Megabyte. Und vorher haben wir schön große Dateien kopiert und jetzt kopieren wir auf einmal viele kleine. Dann stellen wir fest, das Kopieren von vielen kleinen Dateien ist pro Megabyte gerechnet ineffizienter. Und dann rechnet er da wieder hoch. So was muss man bedenken. Es gibt dann auch den Trick, möglichst überschätzen. Also möglichst zu große Zahlen erst mal berechnen und dann kleiner werden als zu kleine Zahlen berechnen und hinterher wieder größer werden. Das ist angenehmer für den Nutzer und es kommt ihm dann kürzer vor, als wenn es kurz gedauert hat nur, aber dann am Ende steigt diese Zeit wieder an. Generell, wenn es am Ende länger dauert als am Anfang, das ist etwas, was man als sehr unangenehm empfindet und wo man dann den Eindruck hat, es dauert lange. Warum? Weil man dann die Aufmerksamkeit ja wieder dahin lenkt. Wenn ich also irgendwie was installiere zum Beispiel und am Ende der Installation, irgendwann gucke ich mal wieder da drauf und das steht bei 99 Prozent und das letzte Prozent dauert dann lange. Ja, dann hat mir dieses eine Prozent so viel Aufmerksamkeit gekriegt, wie wahrscheinlich die kompletten 99 Prozent davor. Und dann habe ich den Eindruck, es dauert lange. Und, und das ist auch erstaunlich, durch die Angabe der vergangenen Zeit hat man den Eindruck oder kriegt man als Nutzer den Eindruck, dass es länger dauert. Wie kommt das denn? Ja, es liegt dann daran, dass ich wirklich angezeigt kriege, wie lange es schon gedauert hat. Und dann denke ich, um Gottes Willen, so lange hat es jetzt schon gedauert und habe dann eine negative Einstellung darüber. Also eine Anzeige, wie viel Zeit noch notwendig ist, wie lange man noch warten muss, ist sehr sinnvoll. Hingegen eine Anzeige, wie viel Zeit schon vergangen ist, ist eigentlich überflüssig. Da könnte man drauf verzichten. Es gibt noch ein paar schöne Tricks, die es einem die Zeit kürzer erscheinen lassen und zwar bei Fortschrittsbalken. Und das ist natürlich, werden die nicht schneller, weil der Fortschrittsbalken läuft ja so lange, wie die eigentliche Handlung ist. Aber man kann diesen Fortschrittsbalken länger erscheinen lassen und dazu möchte ich euch ein kurzes Video zeigen. Progress bars are typically used to monitor Web Downloads. These examples all take the same time to complete, but some of them seem to move faster than others. Here, pulses in the top bar become slower as it progresses. In the bottom bar, they become more frequent, which creates the illusion that it's moving faster. Other bars are filled with ripples, moving left or right. Tests have shown that ripples heading left make a progress bar appear to move faster. By using an effective illusion, it can seem like a file is downloading 11% quicker than it really is. Also auch das sind so Tricks, mit denen man es so erscheinen lassen kann, als wären die Dinge schneller, als sie tatsächlich sind. Das kann man jetzt als negativ ansehen und kann sagen, da wird man veralbert als Nutzer. Andererseits, welcher Schaden entsteht denn? Es ist ja nur, dass der Nutzer sich besser fühlt, wenn man den Eindruck hat, dass es schneller geht. Ein Trick ist übrigens auch noch, um zu vermeiden, dass am Ende so lange Wartezeiten entstehen. Und das finde ich sehr lustig, einen Vorschlag, dass man einfach am Ende nochmal 10 Sekunden dranhängt. Und diese 10 Sekunden zählt man einfach nur von 10 auf 0 runter bei der Restzeit. Oder dass überhaupt noch irgendetwas passiert. Das sorgt trotzdem dafür, dass es bei dem Nutzer angenehmer erscheint, als wenn die letzten Sekunden so, naja, ungleich oder nicht im Sekundentakt vonstatten gehen. Das fand ich jetzt selbst auch schon etwas überraschend. Und weiß auch nicht, ob ich das wirklich machen würde, denn man verlängert dann ja den tatsächlichen Zeitraum um 10 Sekunden. Aber gut, vielleicht kommt es auf 10 Sekunden in vielen Fällen auch nicht an. Gucken wir uns nochmal was an für solche Fortschrittsbalken. Da gibt es nämlich noch einen anderen Trick. Und der Trick liegt darin, wie man den Fortschritt selber gestaltet. Und jetzt gucken wir uns das mal im Vergleich an. Schaut euch mal den oberen Balken an und dann den unteren Balken. Und dann sagt mal, welcher euch schneller erscheint. Ja, ich nehme an, dass auch euch wie mir der untere Fortschrittsbalken schneller zu laufen scheint. Das ist aber tatsächlich gar nicht so. Was wir ja mal sehen können, wenn wir die beiden gleichzeitig laufen lassen, was jetzt hier passiert. Ja, was haben wir gehabt? Wir haben oben eine lineare Bewegung gehabt und unten eine exponentielle Bewegung oder eine logarithmische. Je nachdem, wie man das bezeichnen will. Ist ja das Gleiche, nur andersherum betrachtet. Das Gleiche können wir uns hier auch mal angucken auf dieser Abbildung. Und wir machen es mal an einem Beispiel. Wir machen es mal an einem Beispiel von 1000 Elementen. Wir sagen mal, es sind 1000 Bilder. 1000 Bilder sollen kopiert werden. Und in dem oberen Fall ist es so, dass, wenn wir das jetzt in Segmente so einteilen, wie es da zu sehen ist, alle 100 Bilder ein Segment erscheint. Denn das ist immer gleich. Es ist linear gleichmäßig. Unten ist es nicht linear. Das heißt, dieses erste Element erscheint erst nach 230 Bildern, während das letzte Element nur noch 30 Bilder beinhaltet. Und dadurch ist es am Anfang, scheint es langsamer zu sein, erscheinen diese Elemente langsamer oder der Fortschrittsbalken geht langsamer voran, während am Ende es dann schneller zu sein scheint. Und man hat wirklich diesen Eindruck, dass das insgesamt schneller ist. Hier nochmal als Beispiel, dass da drauf abläuft. Der untere Fortschrittsbalken erscheint schneller, obwohl er eigentlich nicht schneller ist. Das bedeutet, und das kann man sich vielleicht als Quintessenz daraus generell mal merken, man muss einen solchen Fortschritt, den man grafisch darstellt, nicht linear darstellen, sondern kann da mit logarithmischen Skalen arbeiten, wie hier an dieser Stelle. Und das ist sehr empfehlenswert, denn es hat beim Nutzer den Eindruck, dass es schneller geht. Was hatten wir jetzt? Wir haben über Unmittelbarkeit gesprochen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall innerhalb kürzester Zeit eine Rückmeldung dem Nutzer geben. Und wenn wir das Problem haben, dass wir die Rückmeldung nicht haben zu diesem Zeitpunkt, wir haben das Ergebnis des Prozesses noch nicht, dann müssen wir hingehen und müssen den Prozess selber zum Gegenstand der Rückmeldung machen. Und das ist die fortlaufende Rückmeldung, die ich euch jetzt gerade erklärt habe. Und da ist natürlich die Differenziertheit wieder besonders wichtig. Das heißt, ich brauche sowohl Informationen, die in die Vergangenheit gucken, vor allen Dingen, was mache ich eigentlich, was ist überhaupt der Prozess, und vor allen Dingen viele Informationen, die in die Zukunft gucken. Wie lange dauert es noch und wie viele Operationen, wie viele Elemente muss ich vielleicht noch kopieren, verarbeiten oder worum immer es an dieser Stelle gehen sollte. So viel hier für die Unmittelbarkeit der Rückmeldung. Und dann kümmern wir uns als letztes noch um die Lokalität der Rückmeldung. für die Lokalität der Rückmeldung. Vielen Dank.